Ja, wie schon beim Glenorchy angekündigt, probiere ich jetzt den Abraken, Abraken, wahrscheinlich eher nicht. Ich tippe auf Abraken. Ich weiß es aber nicht genau. Triple Barrel Blended Malt Scotch Whisky. Er kostet 14,99 Euro, ist ganz oft auch beim Lidl im Handel erhältlich. Also ich probiere mich ja gerade so durch die Lidl Eigenmarken durch. Das ist auch ein Blended Malt Scotch, wie der Glenorchy, den ich probiert hatte. Er wird abgefüllt mit 42 Volumenprozent, ist gefärbt, ist kühlgefiltert, hat einen Korken, für die, denen es wichtig ist. Der scheint sogar, ja, ist ein echter Korken. Ansonsten schauen wir mal, was hier steht, weil Triple Barrel. Da haben wir also eine Reifung in American Bourbon Barrels, Spanish Oloroso Sherry Butts. und Aged Portuguese Tawny Port Pipes. Also in Port, Sherry und Bourbon Fässern ehemaligen. Es steht nicht, wie oft sie verwendet wurden. Und ein Alter habe ich hier auch nicht. Aber wir wissen ja, mindestens drei Jahre muss er alt sein. Sonst darf er sich nicht so nennen. Scotch Whisky und aus Schottland muss er sein. Deswegen Scotch. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was er so zu bieten hat. Es steht nichts über Anteile. Ich würde ja vermuten, dass es gleiche Teile sind. Aber das weiß ich natürlich nicht. So, hier. Sehr zurückhaltend. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen Sherry Noten. So die trockenen Früchte, so Rosine. Ein bisschen was Zitrusiges kriege ich. Vanille. Von Abraking gibt es tatsächlich mehrere. Ich habe nur den da. Es gibt mehrere mit verschiedenen Finishes und Alterseingaben. Lasst mich mal wissen, ob ihr da schon andere davon probiert habt und wie die für euch waren. Also ich finde den sogar so sehr zurückhaltend. Ich kriege jetzt Karamell noch. Von Vanille. Und eine süßige, die malzige Süße. Rauch kriege ich keinen. Aber ich finde ihn sehr, sehr mild im Geruch. Sehr zurückhaltend. So beißt er ein bisschen in der Nase, wenn ich so ganz tief reinziehe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der Alkohol ist schlecht eingebunden. Das ist ja jetzt auch nicht der höchste Alkoholgehalt für Whisky, sondern an der Untergrenze. Aber ich muss mir das abgeben mit diesem Wirbeln. Eigentlich ist das völliger Quatsch. Ja, so diesen Süßchen. Ich bin gespannt, wie der jetzt schmeckt. Probieren wir ihn einfach mal. Das lernt ihr, ihr Lieben. Mild, sehr mild. Weich. Jung. Was so ein bisschen vom Sherry-Jabe überdeckt wird. Einen für die meisten wahrscheinlich nicht spürbaren Hauch von Bitterkeit habe ich hinten im Rachen. Geschmacklich, diese hellen. Nee, eigentlich eher dunkle Noten, aber zurückhaltend. Er ist schon... Ja, jetzt kommt so ein bisschen mehr Würze durch. Er ist nicht schlecht. Ich finde, wenn ich den Glenorchy richtig in Erinnerung habe, den... auf jeden Fall geschmacklich interessanter. Er hat so ein bisschen mehr Trockenheit. So rotfruchtige Noten. Irgendwie, also... Ja, wie soll ich sagen? Hellrot. Vom Gefühl her. Also die Farbe, die ich da im Kopf habe. So vielleicht nicht ganz reife rote Früchte. Aber er ist jetzt nicht schlecht. Also da gilt im Endeffekt... Im Prinzip dasselbe, wie ich beim Glenorchy, glaube ich, gesagt habe. Wobei der ein bisschen mehr den Sherry-Geschmack vertritt. Also ich würde sagen, der hat mehr vom Sherry und Port, so insgesamt, während der Glenorchy jetzt milder war. Und einfach mehr... Auch wenn er wohl in Sherry gefinished war, er hatte definitiv viel, viel mehr Einfluss von Bourbonfester. Oder Eichenfester, wobei ich nicht denke, dass da neue Eiche benutzt wurde. Auch wenn Eiche nur dran stand, das werden ausgelutschte Bourbonfester gewesen sein, denke ich. Wobei der nicht... Für den Preis war der voll okay. Und das würde ich jetzt bei dem auch sagen. Also 14,99 Euro definitiv okay. Gerade wenn man gerade anfängt oder sich auf ein... Vielleicht ein Sherry-Tasting vorbereiten will. So ein bisschen könnte ich mir das vorstellen. Irgendwas in die... Also ein Sherry-Finish-Tasting oder irgendwas in die Richtung. Könnte ich es mir vorstellen. Er hinterlässt jetzt auch keinen starken Eigengeschmack. Und ist... Für Einsteiger, die sich durch verschiedene Optionen durchprobieren wollen, stelle ich mir den echt okay vor. Also finde ich auch preislich 14,90 Euro für 0,7 Liter mit 42 Prozent. Absolut okay. Und da gibt es wirklich auch schlechtere. Wobei ich tatsächlich jetzt auch mal irgendwann vergleichen muss, welcher da jetzt wirklich blind am besten schmeckt von denen in ähnlicher Preiskategorie. Weil dann kann man, glaube ich, noch besser Entscheidungen treffen. Wobei das natürlich auch so eine Sache ist, weil erfahrungsgemäß sieht das ja jeder ein bisschen anders. Und kann sein, dass er mir morgen nochmal ganz anders schmeckt. Aber grundsätzlich, er hat keine auffälligen Fehlnoten. Er ist wirklich okay für den Preis, würde ich sagen. Keine, keine Kaufstier-unbedingt-Empfehlungen, aber eine, ja, kann man nehmen, um ein bisschen was auszuprobieren und so weiter. Dafür ist er wirklich okay. Ja. Würde ich mal sagen. Alles klar. Ich komme zum Schluss. Ich freue mich, dass du da warst. Falls du schon andere Abfüllungen von Abraken probieren hast, dann lass mich gerne wissen, wie sie dir geschmeckt haben. Ob du sie empfehlen würdest, falls du es noch entsprechend weißt. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.